Europa bedeutet für mich Frieden, Freiheit, kulturelle Vielfalt und wirtschaftlicher Erfolg auf unserem Kontinent. Ich bin sehr froh und glücklich darüber, dass sich dieses Zusammenwachsen unseres Kontinents, dieses Überwinden von Konflikten und Feindschaften hin zu einer Freundschaft und Völkerverständigung, dass ich das erleben durfte und auch erleben darf. Und ich arbeite sehr dafür, dass das auch für unsere Kinder und Kindeskinder noch ein lebendiges und friedliches und freiheitliches Europa bleibt. Zum Beispiel finde ich es ganz wichtig, dass wir mehr Werbung dafür machen, dass junge Menschen untereinander sich auch mehr kennenlernen, dass sie zusammenarbeiten, dass sie zum Beispiel an anderen in den anderen europäischen Mitgliedsländern eine Berufsausbildung oder eine Stage ihrer Berufsausbildung machen oder ein Studium absolvieren, weil genau das eben Menschen zusammenbringt.